Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid und lass uns noch kurz beten. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für dein Wort, dass dein Wort in uns das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und dass wir in deiner Gegenwart sein können, leben können. Danke, dass wir von dir berufen sind, gerufen sind, als deine Kinder zu leben und einfach als Familie auch hier zusammen zu kommen. Wir danken dir für das Vorrecht, beten für die Regierung in diesen schwierigen Zeiten, dass du ihnen Weisheit gibst in allen Entscheidungen und beten, dass du uns auch hilfst, dass wir Schutz und Bewahrung haben von dir, Jesus. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort jetzt und bitten dich, dass du uns offene Ohren, einen wachen Geist und ein weites Herz schenkst. Ja, Amen. Ja, wir sind in den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 10. Ich habe es heute Morgen geschafft, über die ganze Predigt über einen Vers zu predigen. Also, aber es ist gut, wenn man, es ist gut, auch längere Passagen mal im Wort Gottes zu lesen. Aber wisst ihr, ein Vers ist schon so viel, da steckt schon so viel drin. Und wir werden aber auch noch mehr Verse lesen zu diesem Vers. Sprüche 17, Vers 10. Zurechtweisung dringt bei einem Verständigen tiefer ein als hundert Schläge bei einem Toren. Es geht hier um zwei Parteien sozusagen, um die eine Seite, die zurecht weist, die einwirkt auf eine Person. Und es geht auf der anderen Seite um Personen oder um eine Person, auf die eingewirkt wird. Im Fokus dieses Verses oder das Wichtigste an diesem Vers ist, es geht um die Person, auf die eingewirkt wird. Das Einwirken, worum es hier geht, ist die Zurechtweisung. Und es geht darum, einzuwirken auf einen Menschen, dass er auf den richtigen Weg geführt wird. Zurechtgerückt, zurechtgewiesen. Weisung, dieses Wort, kennen wir von dem Wort Wegweiser. Ein Wegweiser steht irgendwo in der Landschaft und zeigt dir an, wo es lang geht. Wenn du einen bestimmten Weg gehen willst, ein bestimmtes Ziel hast, dann zeigt dir dieser Wegweiser, wo es lang geht. Wo du zu diesem Ziel, auf welchem Weg du zu diesem Ziel kommst. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist und irgendwie ein Ziel verfolgst, was weiß ich, du willst nach Hamburg fahren und du fährst auf der Autobahn und kommst nach Walzrode. Und du achtest nicht auf den Wegweiser, dann befindest du dich plötzlich auf dem Weg nach Bremen und nicht nach Hamburg. Man kann zwar auch von Bremen dann noch weiter nach Hamburg fahren, aber es ist durchaus ein gewisser Umweg, den du dann in Kauf nehmen musst, weil du dem Wegweiser nicht gefolgt bist. Der Wegweiser zeigt dir den richtigen Weg zu deinem Ziel. So ist auch die Zurechtweisung. Hier geht es natürlich zuallererst und vor allen Dingen um die Zurechtweisung eines Vaters seinen Kindern gegenüber. Eltern zu ihren Kindern. Und die Eltern, sie haben ein, sie haben Lebenserfahrung. Sie haben schon einiges angesammelt an Wissen, an Erkenntnissen. Möglicherweise gut wäre es, wenn es auch Weisheit ist. Und das will der Vater, das wollen die Eltern ihrem Kind nahe bringen, weitergeben. Und dann geht es immer wieder darum, ja, den richtigen Weg zu weisen zum richtigen Ziel. Und hinter den Sprüchen steht natürlich Gottes Geist. Es ist Gott, der uns in und durch Salomo lehrt, uns seine Kinder. Er möchte uns auf den richtigen Weg führen, zu dem richtigen Ziel. Und das richtige Ziel, das ist er selbst. Und der Weg ist auch er, oder? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist Jesus, der der Weg ist. Der Vater, der das Ziel ist. Gott ist alles in allem. Aber wir brauchen diese Zurechtweisung. Wir brauchen diese Wegweisung. Wir von uns allein aus können diesen Weg nicht finden. Er weist uns zurecht. Seine Weisung geht aus. Er möchte uns gern zum Ziel bringen. Deswegen weist er uns zurecht. Die Frage ist, wie nehmen wir das auf? Wie nehmen wir das an? Es gibt hier zwei Wege, die uns aufgezeigt werden. Hier gibt es den Verständigen und den Toren. Einer, der einsichtig ist. Und einer, der Widerstand leistet. Der seinen eigenen Weg gehen will. Uns wird gezeigt, wie Zurechtweisung oder was Zurechtweisung bewirkt. Bei einem Verständigen dringt sie tief ein. Es geht tief hinein in mein Herz. Es zeigt, dass dieser Mensch, der Verständige, ein offenes Herz hat. Er ist bereit, anzunehmen. Er ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Im modernen Ausdruck würdest du sagen, er ist kritikfähig. Er lässt sich etwas sagen. Er ist nicht stur und unbelehrbar. Er verschließt sich nicht der Zurechtweisung, sondern er nimmt Zurechtweisung an. Er ist bereit, seinen Weg, den er eingeschlagen hat, auch zu ändern. Es dringt tief hinein. Zurechtweisung. Einfach das Wort. Wisst ihr, das Wort hat ja eine große Kraft. Wir lesen in der Bibel, dass Gott am Anfang alles geschaffen hat durch sein Wort. Sein Wort hat eine große Kraft. Worte können so eine große Kraft haben und so eine große Kraft entwickeln. Aber hier wird uns jemand gezeigt, der auf das Wort nicht hört. Das Wort allein reicht nicht. Es bewegt nichts. Da ist so eine Verhärtung, so eine Verschlossenheit gegenüber dem Wort, dass das Wort nichts bewirkt. Es prallt sozusagen ab. Und deswegen, weil das Wort nichts bewirkt, müssen Schläge kommen. Wer nicht hören will, muss fühlen, gibt es so ein altes Sprichwort. Ja, das ganze Thema ist natürlich schwierig heutzutage, weil wir eine Gesetzgebung haben, die ganz ausdrücklich sagen, Schläge dürfen in der Erziehung nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir erziehen, dann fügen wir Schmerz zu. Wenn wir Konsequenzen aufzeigen, wenn wir Grenzen setzen, dann tut das weh. Und es muss auch wehtun. Weil der Wille des Kindes, der Wille dieses Menschen, der einfach seinen Weg gehen will, und dieser Weg ist nicht gut, der Weg führt ins Verderben. Wir als Eltern, wir aus Liebe zu unseren Kindern müssen eine Grenze setzen. Wir müssen dem Kind Einhalt gebieten. Und wenn das Kind nicht auf das Wort hört, dann muss es festgehalten werden. Dann muss es diese Grenze lernen zu akzeptieren, dadurch, dass es spürt, dass es diese Grenze nicht überschreiten darf. Ja, als wir jung waren und es diese Gesetzgebung nicht gab, konnten wir guten Gewissens Folgendes tun. Wir haben tatsächlich unseren Kindern, als sie kleiner waren, damit sie lernen, auf das Wort zu hören, einen spürbaren kleinen Schmerz verpasst. Und dann haben wir sie gelehrt, dass sie diesen Schmerz vermeiden können, wenn sie auf das Wort hören. Und haben gesagt, du kannst gehorsam sein und wir geben dir Zeit, auf das Wort zu hören. Und wir sprechen das Wort aus. Wir sagen, komm, komm zum Essen. Du spielst so schön da draußen. Du möchtest so gerne noch weiterspielen. Aber jetzt ist die Zeit, zum Essen zu kommen. Die Zeit des Spielens ist vorbei. Deinem Spieltrieb ist eine Grenze gesetzt. Du musst jetzt zum Essen kommen. Das Spielen ist vorbei. Komm zum Essen. Ja, ich komme. Aber es kommt nicht, das Kind. Ja, was soll man tun dann als Eltern? Wie gesagt, wir haben mit unseren Kindern so etwas eingeübt. Wir haben gesagt, es gibt eine gewisse Zeit. Sie ist unterteilt in drei Abschnitte. Eins, zwei, drei. Und bei drei gibt es einen Popoklatsch. Also war klar, der Schmerz kommt bei drei. Bis drei habe ich die Möglichkeit, mich noch anders zu besinnen. Und unsere Kinder haben das relativ schnell gelernt, das zu vermeiden, dass die drei kommt. Und manche unserer Kinder haben gerne auf eins schon reagiert. Manche erst bei zwei, drei Viertel. Die haben das ausgekostet bis zum letzten Ende. Und so haben wir versucht, sie zu lehren, auf das Wort zu hören. Und nicht, dass sie die Schläger vermeiden. Aber der Tor, der kehrt nicht um. Der hört nicht auf das Wort. Nein, Schläge kommen in sein Leben. Mehr und mehr Schläge kommen in sein Leben hinein. Und er kehrt und kehrt immer noch nicht um. Jesaja sagt es in Kapitel 1. Er zeigt uns einen solchen Toren. In seinem Bild, was er uns vor Augen führt, in Jesaja 1, Vers 5. Jetzt deutet er dieses Bild für das Volk Israel aus. Worum geht es? Es geht um das, was Jesaja hier in Vers 2 sagt. Höre, du Himmel, und horche auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Söhne großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Diese Uneinsichtigkeit. Jesaja macht dieses Bild, führt uns dieses Bild vor Augen eines Menschen, der geschlagen ist an allen Stellen. Es gibt keine Stelle mehr, wo du ihn noch schlagen könntest. Er ist überall verwundet. Aber all die Schläge bewirken nichts. Das Herz bleibt hart. Keine Bereitschaft umzukehren, keine Bereitschaft, das Wort anzunehmen. Die Schläge dringen tief ein, aber das Wort, die Zurechtweisung kommt nicht durch. Das Herz ist hart und widerspenstig. Jesus hat uns mal vor Augen geführt, wie das so ist mit der Zurechtweisung. Es gibt ja Menschen, die auf den ersten Blick sofort bereit sind und wenn sie zurechtgewiesen werden, wenn sie etwas gesagt bekommen, wenn Gott in ihr Leben hineinspricht, sie sagen sofort, ja, das will ich tun. Und andere, die sagen, nee, ich will nicht. Aber Jesus macht uns in seinem Gleichnis, was er jetzt uns hier vor Augen führt, in Matthäus 21, Vers 28, dass es gar nicht so sehr auf die erste Reaktion ankommt. Wie gesagt, die Zurechtweisung soll tief eindringen, nicht an der Oberfläche. Was meint ihr aber hierzu, sagt Jesus? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber geräute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach, ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe her. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Da antworten seine Zuhörer der Erste. Jesus stellt uns hier auch wieder eine Familie vor und letztendlich ist es Gott selbst, der hier repräsentiert wird in dem Menschen. Gott spricht zu seinen Kindern und er sagt, mein Sohn, wortwörtlich steht da mein Kind. Ihr könnt euch alle angesprochen fühlen. Mein Kind. Damit geht es los. Geschwister, wir sollten solche Worte hier nie einfach so überlesen. Gott setzt sich ins Verhältnis zu uns und zwar sagt er, mein Kind. Du bist mein, ich bin dein. Wir stehen in einem Liebesverhältnis zueinander. Es geht hier nicht darum, um eine Hand wäscht die andere, wie letztes Mal gesagt. Das ist nicht ein Deal, den wir haben. Sondern ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Wir gehören zueinander. Ich bin dein Vater. Ich sorge für dich. Ich kümmere mich um dich. Aber ich bin der Vater und du bist das Kind. Ich habe mehr Weisheit. Ich habe mehr Erfahrung. Ich kann dir den richtigen Weg weisen. Lass dir den richtigen Weg weisen. Als Kinder sollen wir lernen. Sollen wir uns orientieren an unseren Eltern. Als Kinder Gottes sollen wir uns an unserem Vater im Himmel orientieren. Wir sollen uns den Weg weisen lassen von ihm. Und jetzt hat er eine Wegweisung und sagt, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Heute ist nicht Sabbat. Heute ist Arbeit dran. Du hast lange genug auf die lange Bank geschoben. Jetzt greif es an. Pack es an. Jörg, hör auf, etwas auf die lange Bank zu schieben. Jetzt ist der Tag, es anzupacken. Komm, lass uns das anpacken. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Und hier wird es klar, worum es geht, um den Willen. Am Ende sagt Jesus ja auch, wer hat den Willen des Vaters getan? Es geht darum, dass Gott etwas will. Der Vater will etwas. Er hat einen Wunsch, er hat ein Ziel mit unserem Leben. Er will etwas. Was will er denn für dich, für mich? Das kann sehr unterschiedlich aussehen im Detail. Aber im Allgemeinen geht es Gott darum, dass du seinem Ebenbild ähnlich wirst. Dass du so wirst wie er. Das ist sein Wille. Sein Wille ist, dein Leben so umzugestalten, dass du ihn widerspiegelst. Dass du sein Kind bist und wirst in vollem Umfang. Das ist sein Wille für dein Leben. Sein Wille ist deine Heiligung. Dass du ein heiliger Mensch bist, ein heiliges Wesen, sein heiliges Kind. Und das will er. Das ist sein Wille. Und dazu gehören viele kleine Dinge in deinem Leben, in meinem Leben. Viele kleine Schritte. Aber was ist unser Wille? Unser Wille ist der Wille unseres Fleisches, unseres alten Menschen, der sagt, ich will das nicht, was du willst. Denn diese Umgestaltung in Gottes Ebenbild, es ist erstmal sein Ziel und nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ein ganz anderes. Ich will, dass ich mich gut fühle. Ich will, dass ich satt und zufrieden bin. Ich will Spaß haben. Ich will Abenteuer erleben. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Was unsere Kinder alles so wollen. Und was wir so alles wollen. Aber Gott hat das große Ganze im Blick. Er hat viel höheres, viel größeres Ziel mit unserem Leben. Das ist sein Wille. Und hier geht es darum, dass der Vater den Kindern den Weg weist, auf diesen Willen hin. Das ist sein Wille, dass wir diesen Weg gehen, zu diesem Ziel hin. Und was sagt der Sohn? Ich will nicht. Das ist mühsam. Ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich will noch weiter chillen. Wie geht es weiter mit diesem Sohn, der sich im Widerspruch zum Willen seines Vaters befindet? Danach aber geräute es ihn und er ging hin. Das Wort hat in ihm weiter gearbeitet. Er hat es nicht einfach mit diesem Ich will nicht abgeschmettert, sondern das Wort ist irgendwie hängen geblieben. Obwohl da so viel Widerstand in ihm war, das anzunehmen, hat doch das Wort weiter gearbeitet. Die Zurechtweisung ist tief eingedrungen in sein Herz und hat ihn am Ende dazu gebracht, seinen Widerwillen abzulegen und den Willen des Vaters als seinen eigenen Willen anzunehmen. Das ist Buße, das ist Umkehr. Und was hat es ihn gebracht? Es hat ihn dazu befähigt, das zu tun, was der Vater wollte. Er ging hin. Er machte sich auf. Er blieb nicht sitzen in seinem bequemen Sessel. Was ist mit dem zweiten Sohn? Ja, im ersten Moment scheint alles gut zu sein. Denn der Vater kommt und bittet ihn, sagt auch zu ihm, mein Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Und er sagt, ja. Wortwörtlich steht hier, sagt er, ich, Herr. So wie es in Jesaja hat, wen soll ich senden? Sende mich, Herr, ich, Ego-Kyrie, heißt es auf Griechisch. Ich, Herr. Und interessant, am Anfang steht Ego und als zweites steht Kyrie. Und das drückt am Ende aus, was in seinem Herzen ist. Er sagt zwar, Herr, zu seinem Vater, aber in Wirklichkeit ist es ich, sein Herr. Denn er ging nicht. Das Wort ging nicht tief, drang nicht tief ein in ihn. Es prallte oben ab. Ja, oberflächlich gesehen sagt er ja, sagt er Herr. Aber was sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 21? Nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, wird in das Reich der Himmel kommen. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel getan hat. So hat er auch uns gelehrt zu beten, dein Wille geschehe. So hat er es selbst praktiziert im Gebet im Garten Gethsemane. Wo selbst dieser gehorsame Sohn, der in allem dem Vater gehorsam war, dennoch in sich diesen Willen zum Leben gespürt hat. Das Aufbegehren des Lebens gegen diesen Weg, der ihn in den Tod gebracht hat. Da war keine Sünde darin. Und dennoch war es ein Widerspruch zu dem Willen, den Gott ihm, der Vater, gezeigt hat. Du sollst gehorsam in den Tod hineingehen. Und da hat er gerungen. Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorüber gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war gehorsam. So hat er das auch ausgedrückt an mehreren Stellen im Johannes-Evangelium. Ich bin hier, um den Willen meines Vaters zu tun. Und er hat einmal sogar gesagt, das ist meine Speise. Das gibt mir Kraft. Das ist Kraftfutter für mich. Wenn ich den Willen meines Vaters tue, dann stärkt mich das. Dann sättigt mich das. Dann ist es nicht etwas, was mir Mühe bereitet. Oder wo ich irgendwie mich abquäle und innerlich grummele. Nein. Es tut mir sogar gut, den Willen meines Vaters zu tun. Gott will, dass wir seinen Willen tun. Darauf kommt alles an. Und wir stellen uns dann oft hin und sagen, ja, aber ich bin so schwach. Ich kriege das nicht hin. Ja, ich weiß, was gut ist. Aber wenn du weißt, was gut ist und tust es nicht, dann ist es Sünde, sagt das Wort. Aber steht es nicht in der Bibel geschrieben, Römer 7, das fällt mir dann immer ein. Das hilft mir dann immer. Das tut mir so gut, wenn ich den Römer 7 lese. Da schreibt Paulus etwas Wunderbares. Vers 19. Das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus ging es doch auch so. Wenn es Paulus so ging, dann kann es mir ja auch so gehen. Dann kann ich ja getrost sein. Wisst ihr, das ist Rosinenpickerei. Wir ziehen uns ein Vers raus und das macht der Teufel auch gerne. Der Teufel kennt ja auch das Wort Gottes. Er nimmt einen Vers aus dem Zusammenhang und benutzt ihn genau für das Gegenteil, für das, wofür er eigentlich geschrieben ist. Paulus schreibt das ganz ehrlich und offen auf über seinen persönlichen Zustand, bevor er bekehrt war. Und er schreibt es über den Zustand dessen, was er sein Fleisch nennt. Das ist der alte Mensch, der Jesus als seinen Herrn noch nicht angenommen hat. Der sagt, ich, Herr. Und in Wirklichkeit ist es ja nicht das Ich, was regiert, sondern es ist nur eine Täuschung. Sondern es ist die Herrschaft der Sünde, die Herrschaft des Widerstandes gegen den Willen Gottes. Das ist unser Fleisch. Und das ist das, was Paulus in Römer 7 vor Augen führt. Der Zustand des Menschen, er sagt hier in Vers 24, ich, elender Mensch. Was ist das für eine elende Existenz, wenn ich das Gute, was ich will, nicht tue, sondern das Böse, was ich nicht tun will? Das ist ja elend, furchtbar. Ich brauche Erlösung, ich brauche Befreiung daraus. Gibt es nicht einen Erlöser? Und er sagt, Gott sei Dank, durch Jesus Christus und seinen Herrn gibt es Erlösung. Und wenn wir dann weiterlesen im Zusammenhang, Kapitel 8, Vers 3, dann sehen wir das volle Evangelium. Und das volle Evangelium besteht nicht nur darin, dass Gott sagt, ja, deine Sünde ist dir vergeben. Du kommst in den Himmel, auch wenn du so viele Sünden begangen hast. Das ist nur ein halbes Evangelium. Das ist nicht das volle Evangelium. Das volle Evangelium ist Erlösung, ist Befreiung, ist neues Leben. Und das ist Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Lass uns da mal ganz langsam durchgehen. Das dem Gesetz Unmögliche. Das Gesetz ist das Gebot, was ausgeht. Komm, arbeite im Weinberg. Tue Gutes. Geh den Weg der Gerechtigkeit. Brich nicht die Ehe. Lebe kein unzüchtiges Leben. Stehle nicht. Ehre Vater und Mutter. Begehre nicht das, was deinem Nächsten gehört. Das Gebot Gottes. Habe keinen anderen Gott als mich allein. In deinen Sorgen und deinen Nöten vertraue mir. Die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes. Es ist gut. Es ist der gute Weg Gottes, ein Leben zu leben, was ihn verherrlicht, was ihn widerspiegelt. Aber das Gesetz kann es nicht bewirken. Warum nicht? Das Gesetz kommt, das Gebot kommt in mein Leben. Und ich sage, ja, ich, Herr. Ich will es tun. Aber ich tue es nicht. Ich gehe nicht. Was macht das Gesetz so kraftlos? Das Fleisch heißt es hier. Das Fleisch macht das Gesetz kraftlos. Wisst ihr, und das ist eine Täuschung. Wir sagen, wir sind schwach. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind so stark. So widerwillig. Wir sind so hart gegen das Wort Gottes. Gegen die Zurechtweisung. Wir sind so hart gegen die Wegweisung Gottes und wehren uns mit Händen und Füßen dagegen. Nicht wir sind kraftlos. Das Gesetz, das Gebot Gottes, das Wort Gottes wird kraftlos in unserem Leben. Warum? Weil wir uns so wehren dagegen. Weil wir wie Toren uns so verhärtet haben, dass selbst hundert Schläger uns nicht zur Umkehr bringen. Und jetzt ist das hier die gute Botschaft. Das, was das Gesetz nicht tun konnte, tat Gott. Und ist es nicht das Demütigendste, eine der demütigsten Erfahrungen, wenn deine Eltern dich um etwas gebeten haben, etwas zu tun? Und du hast gesagt, ja, ich mache das. Aber du hast es dann nicht getan. Und dann erwischst du deinen Vater dabei, wie er das tut, was er sich von dir erbeten hatte. Das ist hart, ne? Das ist eine der schlimmsten Dinge. Weil, ja, es konfrontiert dich mit deiner eigenen Unzuverlässigkeit. Es konfrontiert dich auf eine ganz furchtbare Art und Weise. Schimpfen ist besser, ne? Du wirst auf so eine harte Weise konfrontiert. Und du kannst es dann nicht wieder gut machen auch, ne? Weil jetzt hat er es gemacht. Ich kann es nicht machen. Es ist gemacht. Es ist getan. Das, was wir nicht tun konnten, was wir nicht getan haben aus unserer Härte heraus, aus unserer Widerspenstigkeit, das hat Gott getan. Er hat es getan für uns. Er hat die Liebe in die Welt gebracht. Er hat das Gute gewirkt. Er hat den Segen gebracht, wo wir uns abgewandt haben von ihm. Und dann steht hier weiter, Gott tat es, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also, er hat Jesus gesandt, seinen Sohn. Als Mensch, so wie du und ich, ist er in diese Welt gekommen und ist ohne Sünde gewesen. Aber Paulus sagt, er war in der Gestalt eines sündigen Menschen. Er hat dieses Fleisch und Blut angezogen, so wie du und ich, ein vergängliches Wesen. Vergänglich um der Sünde willen. Und er verurteilte die Sünde im Fleisch. All diese Schläge, wisst ihr, die wir verdient haben für unsere Widerspenstigkeit. All diese Schläge haben Jesus getroffen. 100 Schläge sind auf ihn eingeprasselt, obwohl er gehorsam war in allem. Bei ihm ging das ganz anders. Wenn der Vater ein Wort gesprochen hat, ging es tief rein. Und ja, ich will, das ist meine Freude, deinen Willen zu tun. Aber bei uns, wir brauchen Schläge, Schläge, Schläge und nochmal Schläge und es bringt immer noch nichts. Wisst ihr, Jesus ist an unsere Stelle getreten, hat all diese Schläge auf sich genommen. Die Schläge, die ein widerspenstiges Wesen verdient hat. All das ist auf ihn eingeprasselt. Die ganzen Schläge und noch mehr. Der Tod als Schwerverbrecher am Kreuz. Und damit hat Gott das Fleisch, unser sündiges, widerspenstiges Wesen gerichtet. Hat das gerechte Gericht ausgeübt über dieses Wesen in mir. Über den alten Jörg, der nicht hören will. Auch nicht, wenn er fühlen muss. Gott hat es getan. Er hat das Gericht auf seinen Sohn gelegt. Und was ist das Ziel dieser Erlösung durch Jesus Christus? Vers 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Nicht nur darin, dass Jesus das Gesetz gehalten hat und alles erfüllt hat. Nein. Diese Erlösung geht so weit, dass wir jetzt befähigt werden, das Gute zu tun. Das Gute, was ich will, das tue ich. Warum? Wie? Wie? Wie kann das geschehen? Paulus erklärt es uns. Damit das Gesetz erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Hier kommt jetzt in der ganzen, in dieser ganzen Erklärung des Evangeliums, die Paulus im Römerbrief macht, ein ganz entscheidender neuer Punkt hinein. Der Geist, der Heilige Geist, der Geist Jesus, Jesus selbst im Heiligen Geist ist gekommen in die hinein, die das Evangelium, die frohe Botschaft angenommen haben. Denn die, die nach dem Fleisch sind, also nach diesem alten, rebellischen, widerspenstigen Wesen, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Wisst ihr, diese Rebellion, die treibt einen Menschen bis in den Tod hinein. Und Jesus hat dieses rebellische Wesen sozusagen. Er hat sich an unsere Stelle gestellt und ist bis in den Tod hinein gebracht worden, wenn du so willst. Dein Fleisch, dein altes, rebellisches, widerspenstiges Wesen bringt dich am Ende ins Verderben hinein. Und deswegen sagt Salomo das. Ein Verständiger, da dringt die Zurechtweisung tief hinein. Aber ein Tor, der lässt sich doch nicht mal durch hundert Schläge irgendwie zur Umkehr bringen. Und Jesaja sagt, wo willst du denn noch hingeschlagen werden? Paulus sagt aber, es gibt einen Ausweg. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du eine Kraft in dir. Dann ist Jesus selbst, lebt in dir und befähigt dich dazu, dieses alte, rebellische Wesen ans Kreuz zu schlagen, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Er befähigt dich dazu, ein gehorsames Kind zu werden, diese Widerspenstigkeit zu überwinden. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Wisst ihr, der Weg Gottes führt doch zum Leben. Und deswegen, die Zurechtweisung Gottes, wenn wir seiner Weisung folgen, dann haben wir das Leben und volle Genüge und Frieden. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Und dieses, das kann auch nicht, ist nicht ein sozusagen ein, ach du armer, ja du kannst es ja auch nicht. Nein. Es ist das Wesen des Fleisches, der Sünde, sich gegen Gott zu erheben. Ein sündiger Mensch kann sich dem Willen Gottes nicht fügen. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Hier wieder. Wenn du mit Paulus argumentierst aus Römer 7, ja das Gute, was ich will, das kann ich nicht. Ich bin ja so schwach. Nein, du bist so stark, so starrsinnig. Und du lässt der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben keinen Raum. Oder hast du den Geist noch gar nicht empfangen? Bist du nur ein Namenschrist? Hast du noch gar nicht begriffen, was Christus für dich gelitten hat? Paulus sagt es. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer diesen Wesen, diesen Charakterzug nicht in seinem Leben irgendwo zeigt und offenbart, diese Fähigkeit, das Wort anzunehmen, aufzunehmen und tatsächlich in seinem Leben wirksam werden zu lassen, wo es nicht sichtbar wird, darin, dass wir den Willen Gottes tun, wisst ihr, dann lügen wir uns selbst was vor. Dann haben wir Christi Geist gar nicht empfangen. Wie empfange ich aber Christi Geist? Ganz schlicht und einfach, indem ich bekenne, Jesus, du bist gerecht, du bist den gerechten Weg gegangen und bist an meine Stelle am Kreuz von Golgatha hingerichtet worden für mein sündiges, widerspenstiges Wesen. Vater, vergib mir, reinige mich davon und mach du mich neu. Komm in mein Leben, sei du jetzt wirklich mein Herr, sodass ich nicht mehr sage, ich Herr, sondern Jesus, mein Herr und mein Gott. Ist aber Christus in euch? Und das ist es, wenn du den Geist Christi, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann ist Christus, der König in dir. Und die folgenden Verse überspringe ich mal, ich springe mal zu Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Du musst dieser Tendenz in dir widerstreben zu sein und ungehorsam. Du musst dieser Tendenz in deinem Leben nicht mehr folgen. Du hast Vollmacht durch den Heiligen Geist in dir, dieser Kraft zu widerstehen. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn du als Christ, als Kind Gottes im Fleisch lebst, der Sünde folgst, dann trittst du die Gnade mit Füßen. Wenn du ein Lebensstil dir einrichtest und sagst, naja, ist ja alles nicht so schlimm, Jesus vergibt mir ja alles, ist ja alles gut. Dann wird das Böse enden mit dir. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und das zeigt an, worum es geht. Paulus hat an anderer Stelle gesagt, es ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Hier sagt er, wie dieser Kampf aussehen muss. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Gott, das Fleisch, mein Ego will sich selbst behaupten. Ich weiß doch selber, was besser für mich ist. Gott, du hast doch keine Ahnung. Ich weiß, was sich gut anfühlt und was nicht. Gott sagt, ich weiß trotzdem besser, was gut für dich ist. Glaubst du mir nicht? Vertraust du mir nicht? Das Fleisch will nicht. Das kann nicht. Aber du hast etwas empfangen. Darüber spricht er hier. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du hast diesen Geist empfangen. Du bist ein Kind Gottes. Und dieser Geist ist eine Kraft, der sagt, vertrau doch Papa. Vertrau doch seinen Wegen. Und das ist der Tod für das Fleisch. Das ist der Tod, sich auf die Wege Gottes einzulassen. Aber es ist Leben und Herrlichkeit und Freude für jedes Kind Gottes, das den Geist Gottes empfangen hat. Und wenn du in diesem Weg wandelst, dann wirst du mehr und mehr deine Freude wie Jesus. Das ist ja meine Speise. Das ist mein Brot, wenn ich das tue, was Gott sagt. Und dann dringt es tief ein. Du kannst einen solchen Charakter entwickeln durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, tu es. Du kommst aus diesem ewigen Kreislauf heraus. Dieses ewige, ständige, dich kreisen darum. Das war Paulus als Pharisäer. Wisst ihr, er war ja ein gläubiger Mann. Er hat ja an Gott geglaubt. Und er hat das Gesetz Gottes gelernt. Und er wusste, dass das der gute Weg ist. Aber er war nicht von neuem geboren. Er hat den Geist Gottes nicht empfangen. Er hat Christus nicht als seinen König angenommen. Er wollte es selber schaffen. Und hat immer wieder so kläglich versagt. Und das ist es, was ihn befreit hat. Jesus ist mein König. Er hat das Gesetz vollbracht. Und er ist die Kraft in mir, die mich befähigt dazu, in seinen Willen zu wandeln. Und wenn ich Fehler mache und versage, ja, er vergibt mir. Er stellt mich wieder auf meine Füße. Er ist für meine ganze Sünde gestorben. Ich brauche keine Angst mehr davor zu haben, vor Gott nicht zu genügen. Aber ich darf auch weitergehen und weiter wachsen darin, ein Überwinderleben zu führen. Denn er in mir, das ist wirklich Kraft. Kraft zu überwinden, all dieses Widerstreben in meinem Fleisch. Und wenn du ein Kind Gottes bist und dich nach mehr sehnst, streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Lass uns beten dafür, dass du neu erfüllt wirst. Und diese Kraft neu, in die ich ausgegossen wird, sodass du ein williges Kind bist. Wenn mein Vater mich zurecht weiß, das dringt tief ein und ich folge. Ich tue es. Und darum geht es, dass wir den Willen Gottes tun, dass der Wille Gottes geschehe in unserem Leben und in dieser Welt. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir für, ja, deinen wunderbaren Willen. Und wir preisen dich und danken dir, dass du Gutes für uns vorgesehen hast. Und danke, dass du uns deinen Geist schenkst, Herr, wenn wir dich als unseren Herrn und Heiland und unseren Retter annehmen, dein Evangelium. Dann kommst du hinein in unser Leben und machst alles neu. Und Herr, wir wollen noch mehr davon. Wir wollen, dass du uns noch mehr umgestaltest, dass du uns noch mehr Sieg schenkst im Kampf gegen unser eigenes Fleisch. Wir danken dir, dass du gekommen bist und das Fleisch überwunden hast und uns befähigst, das Fleisch zu überwinden. Wir preisen dich dafür und danken dir. Amen.